So kennt man ihn, Alain. Viele Tore gehen auf sein Konto, viele Verteidiger blieben chancenlos. Bis zum 28. August 2011. Eine Standardsituation im Strafraum. Jantzscher verlängert per Kopf, Trimmel deckt den Ball geschickt ab, doch dann passiert's. Alain bleibt verletzt im Strafraum liegen. Ja, ich habe ihn einmal schon gesehen. Das ist für mich sehr hart, aber es ist okay. Es kann passieren, im Fußball, aber es ist vorbei, ich habe alles vergessen und jetzt schaue ich nur in eine neue Richtung. Der Verdacht auf Kreuzbandriss wurde zur bitteren Wahrheit. Auf eigenen Wunsch fliegt er zur Operation nach Brasilien, um bei seiner Familie zu sein. Eine falsche Entscheidung, weiß der 23-Jährige heute. Ja, für mich ist es so, ich habe meine Familie in Brasilien und das ist mein Land. Und ich habe gedacht, für mich ist es besser operiert da, aber ja, es war ein Fehler gemacht mit diesem Doktor, aber es kann schon passieren mit allem, vielleicht, wenn du hier operierst. Und diese Fehler auch. In dieser harten Zeit der vielen Operationen und Rehas war ein Gedanke stets Alans Begleiter, nie wieder Fußball spielen zu können. Ich denke immer, weißt du, war vorher, vor drei oder vier Monaten vorher, war schwer für mich. Und ich habe immer schlecht gedacht, aber es war nicht einfach, weißt du, es hat so lange gedauert. Jetzt ist Alain aber zurück bei der Mannschaft. Einer Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern und auch einem neuen Gesicht am Platz. Ja, ich habe mit der Mannschaft trainiert und jetzt ist das System sehr gut, der Trainer ist wirklich gut. Und die Mannschaft auch. Und es ist sehr schnell und viel Qualität. Ja, und ich hoffe, ich kann auch mit der Mannschaft und wieder alles okay und wieder Tor. Aber auch Alain muss sich unter Trainer Schmidt erst beweisen. Einen Bonus gibt es für ihn nicht. Er muss beim Training zeigen, dass er in die Stammmannschaft gehört. Es gibt viele gute Spieler, Soriano, Manet, Berich, alle. Aber jetzt, ich denke nicht, dass er das ist. Aber wenn ich wieder spiele, mache ich meinen Fußball. Und wenn du den Trainer, er weiß alles, ich mache meine. Die Fans werden sich mit einem Auftritt von Alain in der Red Bull Arena noch etwas gedulden müssen. Er trainiert zwar schon wieder mit der Mannschaft, will es aber langsam angehen. Ich glaube, es ist besser für mich, dauert ein bisschen noch. Und jetzt mit der Mannschaft trainiert und nächstes Jahr vorbereitet. Ja, ich glaube, für das nächste Jahr bin ich 100 Prozent dabei. Und dass in ihm das Feuer für Tore lodert, das verspricht er auch seinen Fans. Schöne Grüße von den Fans von Hedibus Salzburg. Und jetzt allein wieder da und wieder stark und ich hoffe, dass ich bald in der Arena und wieder kämpfe und wieder siege.